Hey, was hat es mit dieser Flasche auf sich? Oh, diese? Eine neue Geschäftsidee. Aber warum ist da dein Gesicht drauf? Ein alter Freund kam vorbei mit einem Angebot. Er tut was für mich, ich tue was für ihn. Ich meinte finanziell. Er bekommt meinen... Ruhm? Und ich krieg ein Stück vom Kuchen. Reichtum und Ruhm! Hey, das ist genau mein Ding! Ich bin dabei! Ähm, du bist ein Roboter, Schatz. Pappalapa! Schottische Whisky-Hersteller stehen Schlange bei mir! Du trinkst ja nicht mal. Und wichtig! Ich komme gleich da hoch und zeig's dir! Nicht so hastig, Rollentrottel. Wir haben ja immer neue Hausregeln. Und? Mit diesem Rad als Fuß ist technisch gesehen alles, was du tust fahren. Fahren? Echt? Habt ihr gesehen, wie hier überall gefahren wird? Ich bin ganz sicher nicht das Problem! Schlepp was vor! Aua! Nicht so! Hätte sich genauer ausdrücken sollen. Hört schon auf, ihr zwei! Aber ich bin der Tiger von Patali! Wir sind Schatzjäger! Was denkst du, was wir tun? Und ich führe hier ein respektables Etablissement. Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, fliegt ihr raus hier. Hm, ich nehme an, ihr habt auch eine Meinung zu dem Schild hier. Das scheint irgendwie vernünftig zu sein. Wacht ab! Okay! Ich mach mit Ruhe! Hm, ich dachte, da gibt es mir wieder Frucht. Ich hätte mir wieder hin! Aber mal im Ernst, wer ist dieser Freund von dir? George! Warte mal, George Ballantyne? Ich werde es so nennen. Moxys Finest Blend. Für all euch Schatzjäger da draußen. Warte, warte. Woher willst du ihn denn kennen? Okay, in Ordnung. Schenkst du jetzt einen ein, oder was? Du hast genug, Schatz.